Ich hab dich eine halbe Million Dollar gewinnen sehen. Ich habe schon zweieinhalb Millionen Dollar gewonnen. Wie viel hast du jetzt? Gar nichts. Was hast du gebunkert? Gar nichts. Wenn man zweieinhalb Millionen Dollar gewinnt, weiß jedes Arschloch was zu tun ist. Man kauft ein Haus mit 25 Jahren Garantie aufs Dach, einen unverwüstlichen japanischen Kleinwagen, legt den Rest solide an, um die Steuern zahlen zu können und das ist dein Fundament. Das ist dann deine Festung der Einsamkeit. Das verschafft dir für den Rest deines Lebens den Status Fuck You. Jemand will, dass du irgendwas machst? Fuck You. Dein Chef nervt dich? Fuck You. Besitz dein eigenes Haus, hab ein paar Kröten auf der Bank und trink nicht. Mehr kann ich keinem raten, egal wo er gesellschaftlich steht. Ist dein Großvater Risiken eingegangen? Ja. Ich garantiere dir, es war aus einer Fuck You-Haltung heraus. Das Leben eines klugen Mannes beruht auf Fuck You.